Die haben auch so richtig gepfassen. Die haben auch wirklich in der Nähe noch hier geschehen. Die haben auch schon dort angelegt. Man schauts ja schon mal in der Nähe. Sie haben so viele Flaschen in der Nähe, die wir sie sehen. Sind sie noch nicht? Sie haben hier auch noch eine andere Flaschen. Sie sind in der Nähe. Einen schönen Tag.